Die Feierlichkeiten können beginnen, die Meisterschaft ist fix. Jetzt heißt es noch einmal genießen in der GTEC-Arena. Der SCM spielt eine überragende Saison, hat nur sechs Minuspunkte. Erst das Spiel, dann in einem Corse in die Innenstadt und am Wochenende darauf schon wieder Champions League. Unabhängig vom Ergebnis in Magdeburg beendet Wetzlar die Saison in einer positiven Stimmungslage. Keine Abstiegsgefahr. Die Bilanz zuletzt zwei Spiele ohne Niederlage in Folge. Vor zehn Jahren gab es den letzten Wetzlarer Sieg in Magdeburg.